Hallo, hier ist Orangu. Wir sind eine multinationale Kooperation, spezialisiert in der Katering- und Hospitalitätsindustrie, mit über 50 Jahren Erfahrung. Für alle Ihre Restaurants in unserem Kanal gibt es viele Lösungen für Sie. Folle uns jetzt. Die Bedienung ist nicht kompliziert. Zuerst müssen Sie das vorbereitete Tintenfisch-Teriyaki-Pulver und Eier mit Wasser mischen. Dann gießen Sie es in die vorgeheizte Pfanne mit Öl. Warten Sie, bis der Boden eine leichte Bräunung hat. Dann können Sie einen Zahnstocher verwenden, um die Bälle zu flippen. Achten Sie auf ein wenig zu flippen. Und geben Sie beim Wenden die richtige Menge Teig hinzu. Und schließlich werden die ganzen Bällchen goldbraun gebraten. Und zum Schluss können Sie wählen, ob Sie sie mit Salatdressing, Seetangpulver, Shibori-Blüten und anderen Toppings servieren möchten. Was auch einzigartiger aussieht. Am Ende konnte ich das Kochen mit Hilfe des MoFi MR 9008 Multifunktionstopfes beenden. Was mich selbst ermutigt hat. Die letzte ist unsere heutige harte Gericht Hot Pot. Und Hot Pot ist auch sehr geeignet für Wochenende-Versammlungen von Lebensmitteln-Entscheidungen. Diese MoFi MR 9008 Multifunktionale Topf Standard-Kochtopf. Mit einer großen Kapazität von 2,5 L. Kochen Hot Pot überhaupt keine Rolle. Und kann die Bedürfnisse von mehr als einer Person zur gleichen Zeit. Hot Pot hat eine tiefe Basis von Menschen. Sowohl Fleisch und Gemüse kombiniert werden können. Und es ist nicht schwer zu machen. Nach der Vorbereitung der Hot Pot Basis und Zutaten. Können Sie Feuer und Essen während des Kochens. Hot Pot ist sehr geeignet für Freunde zusammen zu bekommen. Mehr Menschen essen mehr lebendig. MoFi MR 9008 Multifunktionale Topf mit großer Kapazität. Kochtopf ist auch sehr und machen Hot Pot. In den Prozess des Kochens Hot Pot. Können wir auch das Temperaturniveau der Überfunktion Topf zu jeder Zeit. So dass Sie mehr frei kochen und essen zur gleichen Zeit. Zusammenfassung der Erfahrung. Durch die tatsächliche Nutzung Erfahrung. Die MoFi MR 9008 Multifunktionale Topf hat immer noch eine Menge Vorteile. Die Anerkennung verdienen. Wie der hohe Wert des Aussehens Design. Sowie im Einklang mit den Details der Menschen den täglichen Gebrauch Gewohnheiten. Mehr praktisch. MoFi Multifunktionstopf unterstützen einen Topf Mehrzweck. Im Grunde kann das Braten, Schmoren, Kochen, Dämpfen, Kochen, Schmoren, Backen, Alle Arten von Lebensmitteln Kochszenarien erfüllen. Sondern auch optional personalisierte Backform. Um mehr Lebensmittel zu erfüllen zum Beispiel ist die optionale Pillenplatte sehr interessant. So können wir versuchen, Tintenfischbälle zu Hause zu tun, schließlich zurück zu den multifunktionalen Topf selbst. Diese MoFi MR 9008 Multifunktionale Topf hat 1400 W hohe Leistung. Oberflächenheizung mehr gleichmäßig, während mit einer Antihaftpfanne leicht zu reinigen, sowie drei einstellbare Temperatur. Bequemer Temperaturregelung genug, um in der Lage sein, mit der Familie Küche zu bewältigen, um die die multifunktionale Kochaufgabe zu stellen. If you are interested in our videos, remember to follow us. Romguk More Than 4,500 Restaurant Choice. We will keep surprising you. See you.